Hallo Leute, da sind wir wieder. Ich habe nur schon mal gespeichert und weiter geht's. Ich habe da auch so ein Ding wieder gefunden, mit dem ich meine... ...meine... ...meine... ...maja, alles klar. Okay, alles klar. Aber ich wollte, ja, was haben wir hier? ...wollen wir noch so selben Dinge... ...ja... ...zwei mal... ...kampfregeln. ...kampfregeln. So. Das ist nur drei Dinge. Das ist ja... So. Als es ein... ...bohnenhalt... ...oder, das ist schon... ...der Koffie nicht. ...kampfregeln dazu, oder bist du? ...kampfregeln dazu, oder bist du? ... 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 Oh nein, aber egal. Es ist richtig gut, ich muss mir das machen. Okay. Du hast noch eine andere Küche. Ja. Machen wir aber dabei. Puffi, ich bin da. Explorieren wir. Okay, Team H2L. Los geht's. Ich weiß, was es gut ist für. Ja, ich werde mal schnell speichern. Ich weiß, dass ich wieder vergesse. Ich habe keine Macht gehabt. Okay, jetzt geht's. Untersuchen. Es sieht so aus? Ja. Hier geht's. Hier geht's. Wenn wir nicht, finden wir Andy? Wrong! Distanz geht's nicht. Andy ist ein Teil der Herzen. Ja, wie meine Freunde sind ein Teil meiner. Du kannst das nicht ausziehen. Ich bin ein Teil der Herzen. 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 Ja, du kannst uns nicht von Andi entfernen. Wir gehen nach Hause, egal was. Und nehmen Buz. Xehanort, du bist so nahe in den Schatten, du vergessen hast die Licht, die Kasten. Nein. Woody, jetzt! Giddy up, partner. We gotta get this wagon train a-movin'. Woody. Wait, how did I get here? Hm. Oh, I don't know. Maybe somebody switched you into dark and stormy mode. But I don't have a- Oh. Thank you, Woody. Good to have you back, Buzz. Hey! Powerlap! Huh? We can't hold him much longer! Don't give up, guys! Whoa! So, even empty puppets can be given strong hearts. I am going to have to remember that. Remember this, our hearts will always be connected to Andi's. No matter what you do. And that's something you'll never understand. Because you're hollower than any toy. But now I know a heart can be placed in the vessel of our choosing. For that, let me give you a parting gift to play with. Wait! Wait! Find the heart's joint to yours. Huh? Oh! There! Careful! Whoa! Okay. Here goes! Okay. Oh! Yeah! New율! avat? Huh? It's so easy, aren't you? What's all? Yeah! Yeah! Ah! Ah! Hey, du würdest schon hier drauf bleiben? Hey, willst du mich da mal drauf? Schön, dass die anderen auch mal hochkommen Oh-no Schuhe Was? Was? Haua! Haua! Was I tired in here? Haua! 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 Ready when you are! Hang on! Go time! Oh yeah! 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 Oh! It's awful for you! Oh! 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 I'm sorry! Yeah! 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 Oh! Yeah! Dumb dog! There! Ah! 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 Woohoo! Oh! Das war das wirklich! Ja! 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 Und wenn wir so gehen, dann können wir das nicht schnaufen. Aber dein Sohn! Das war ein Problem! Bursa, 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 bursa. Aua! Eih, Bursa! Dann war's. So... Okay, das bringt schon gar nichts. Äh, wie kommt es jetzt so? Ja, wie kommt es jetzt so? Ja, wie kommt es so? Ja, das ist so, wie kommt es jetzt? So Xehanort ist wieder weggekehrt! Ja, er ist ein Big Chicken! Ich bin sorry. I wanted to get you back to the real world. It does seem that we're trapped here. We'll never get home. Yeah, stuck like pigs. Our position appears fixed. Oh no! A shame we'll have to stay a little longer. With our new best friends. Well, after all the adventures we've had, we're not quite ready to say so long. You guys! I'm sorry that I was being so stubborn. Please forgive me. Hey, you were just looking out for your friends. No biggie. Yeah, somebody's gotta be the sensible one. Especially since Woody's always getting in trouble. Gorsh, that sounds a little like Sora, don't it? Huh? Yeah! And I'm the compatible one. Like Buzz! Kinda. Besides, if we do go back to the real world, we'll never see you again, right? But, what about Andy? You care about him so much. And he's still right here with us. If we follow our hearts, we'll find him again. Yeah! So Sora, are you going after the guy in the black coat? Something tells me we can't join you on that mission. That's okay. Because you become part of our hearts. So let us become a part of yours. Thank you! Now, off you go! To infinity and beyond! To infinity and beyond! That's all the game world! Ah, a new sword. Okay. 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 Was? Wir sind zu spät? Ja, Evan wusste alles über die Replikas von seinem Zeit als Vexen in der Organisation. Er wurde wiederholfen wie die resten uns, aber er hat sich nicht wiederholfen. Er hat sich nicht wiederholfen, aber er hat sich nicht wiederholfen. Alias hier und Dillon kamen und kamen die ganze Stadt umgekehrt, um ihn zu finden. Aber kein Evan. Das ist nicht gut. Was für seine Forschung? Unfortunately, seine Arbeit auf den Replikas war nicht complete. Er hat sich nicht wiederholfen, aber er hat sich nicht wiederholfen, aber er hat sich nicht wiederholfen, wenn er eine große Herausforderung gemacht hat. Du hast eine Idee, wo er gehen könnte? Er hat keinen Ort, wo er gehen kann, wenn er Mensch ist. Er hat keine Möglichkeit, um diese Welt zu verlassen. Die Schmerzen Korridoren... Er hat nicht mehr, wenn er noch nicht mehr so ist. Oh, aber nicht jeder. Und was, wenn Evan aufgenommen hat? Natürlich! Die Organisation könnte auch die Replikas nutzen. Um ihre Räume zu lösen. We better go tell Master Yen Cid, and Sora, and the others, too. Hm. Okay. Hey. Ja, es kann ruhig weitergehen. Ja, geht doch. Und denn jetzt? Humanity is a precious gift, and yet you desire to return to the organization? Oh yes, of course. One eradication at Axel's hands was enough to learn where not to place my trust. He gave you a second lease on life. He ripped me away from the one thing I care about. I don't require humanity. Give me my research. I must see it to fruition, no matter the cost. The replicas? Yes. Soon they will replace, not just replicate. Given a heart, they can become just as real as any human. What excellent tidings. I would hate to think we invited you back into our ranks, only for you to fail to deliver our final vessel, Vexen. Okay. Hey, a new zone! You guys should check it out! Ich kann Ihnen eine neue zone heißen, okay. Okay. Äh. Was ist jetzt hier die neue zone? Bela. Bela. Mä, jetzt stammt. Bela. Mä, jetzt stammt. Ah, da waren wir jetzt, so Ok Ah, hier sind 3 Hier sind nur 2 Ah, hier sind nur 2 Ah, hier sind nur 2 Ja, so schätze, das bin ich aber jetzt nicht Äh, äh Äh, das ist jetzt nicht füttel Ah, äh, was ist denn? Ja, dann fliegen wir mal hier zur Na, hier fliegen wir hier ein, scheißegal Oh ne, das ist doch Eiskönige, ne? Nein, 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 da warten wir mal, da warten wir mal Wir fliegen dann hier erstmal hin Eiskönige, nein Ist das Ich bin jetzt Da tausend Türen, ok Äh, 20 Oh, genau, ich kann eine 24 Bleibt aus wie es aussieht, keine andere Wahl Nur 26, ok Ich muss dann erstmal da hin Ok Ja, bin ich aber nicht Ja, auch recht gut Ja da ja 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 Da und da, weiß ich nicht. Bleibst du mal hier unten? Wo geht er denn? Ich doch da rein. Hier unten bleiben! So schlimm. Geh mal hier rein. Geh mal hier. Geh mal hier. Geh mal hier. Geh mal hier. Bistau, komm! Au, op! Auf, wasser da Blig? Oh, shit. Ah, shit. Es ist Metamorphatizer. Und... Es ist... War-Tree. Oh, we're going in here. Oh, shit! Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Wir haben hier ein Schaft. Aber wir sind Kohlwäsch. Wir sind Kohlwäsch. Wir sind Kohlwäsch. Woff! Woff! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier ist schon was schwerer Das geht nicht hin, ne?